Spotlight am Samstag, 19. Januar, wenn die erste echte Samstagabend-Herausforderung von 2019 stattfinden wird, gegen es gibt Post für sie und Maria de Filippi, auf Rai 1 now oder nie mehr als Amadous. Ein unveröffentlichtes Duell, die Hoffnung von Viale Messini besteht darin, sich der überwältigenden Fernsehmacht von der Filippi zu widersetzen, die mit der ersten Ausgabe von Sposta per T30% der Spiele durchbrach. Und Maria spielt zu diesem Anlass eine Halle, im Studio werden Albano Carisi und Romina Power beide zusammen sein. In der vergangenen Saison waren die beiden Gäste an einem anderen Programm von der Filippi, dem Abend der Freunde, teilgenommen. Und Albano und Romina im Studio zu haben, ist ein durchschlagender Garant für den Erfolg, der Hörer ist garantiert.